Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloche Zockkanal, zur weiteren Folge FIFA 22. Und ja Leute, bevor ich hier richtig starte, bin ich wahrscheinlich jetzt gerade live, vielleicht sogar schon auf Twitch. Genaue Uhrzeit sage ich dann einfach auf Instagram, aber Battlefield 2042 kam ja jetzt heute raus. Dementsprechend gleich Livestream auf Twitch. Ich bin absolut kein Profi in dem Game, aber ich habe so Bock auf dieses Spiel. Deswegen, wenn ihr Bock auf einen Livestream habt, Battlefield, ich bin dann live, Veloche live, das Wort hier ja irgendwo mal eingeblendet. Und ja, auf jeden Fall sind wir hier aber auch bei FIFA, nicht bei Battlefield gerade in der Folge hier. Und zwar, den Saisonauftakt haben wir natürlich ordentlich kassiert, dieses 4-0. Trotzdem würde ich mich da jetzt nicht beunruhigt zeigen, wir haben jetzt ein Spiel gegen United, auch hier eine Niederlage, nicht unwahrscheinlich, weil United das beste Team ist. Danach Sheffield im Pokal. Und ja, bevor wir aber gegen United reingehen, ihr habt mir nochmal ein paar Spieler hingeschrieben, die habe ich jetzt noch gar nicht hier aufgenommen. Wichtig wird auf jeden Fall ein ZDM zu holen und hier ist halt jetzt echt die Frage, da hat nämlich einer von euch geschrieben, dass sich Romeo vielleicht anbieten könnte im Tauschgeschäft. Und das hat mir eigentlich gefallen und ich glaube so ein McGinn wäre schon was. Westwood wäre eigentlich auch ganz interessant, wobei der ein bisschen älter schon ist. Martic ist auch nicht mehr der Allerjüngste. Berg finde ich auch noch gut, der ist aber 18,5 Millionen auch nochmal wert. Ich würde es tatsächlich zuerst mit McGinn probieren und dann einfach mal gucken, was sie dazu sagen, wenn ich zum Beispiel Romeo mit reinpacke. Weil er wäre schon auf jeden Fall ein richtig geiler Transfer. 12 Millionen ist der Wert und sagen wir mal, wir packen nochmal 8 dazu, das wären 20 Millionen Gesamtvolumen. Boah, die wollen 22 Millionen dazu, das ist natürlich viel zu viel. So viel kann und will ich auch gar nicht zahlen. Das ist natürlich vollkommen utopische Vorstellung, die sie da haben. Bei mir ist es dann, wenn sie 54 Euro dazukriegen, aber das ist mir dann auch egal. 16,4, ja, ist immer noch zu viel. Ich bleibe mal bei 10. Das wären immerhin die 22 Millionen, die er wert wäre. Ich sage mal so, bis 24 wäre okay. Machen wir mal 12,7. Sind wir fast bei 25 Millionen Transfervolumen für McGinn. Das geht schon noch. Er ist 22 Millionen wert, 80, 26 Jahre jung, würde 25,6 Millionen Gesamtwert sein. Das finde ich okay, ich akzeptiere das. Dann haben wir unser ZDM-Problem gelöst. McGinn hat eine unglaubliche Ausdauer, wie ihr seht, von der 90. Hat auch hier, was die Pässe angeht, richtig, richtig starke Werte. 84 langer Pass, 82 kurzer Pass, Schusskraft ordentlich. Der hat auch einen Distanzschütz-Spielmacher und lange Pässe als Spezialfähigkeiten. Das ist ein richtig guter Mann, der kann den Spielaufbau übernehmen. Und das wäre ein ganz wichtiger Transfer. Romeo würde ich damit auch loskriegen und ihn hier könnten wir ihn holen. Er will vier Jahre, ich gebe ihm natürlich fünf. Sehr schön. Freigabesumme, keine Ahnung. Wenn er 60 akzeptiert, können wir gerne 60 machen. Sie können damit leben, okay. Das ist auch immer manchmal schwierig. Er verdient 68.000 aktuell, da müssen wir ihm natürlich ein bisschen mehr geben. Ich weiß, bei FIFA kann man manchmal tricksen, aber ich mache es immer realistisch. Spieler im besten Fußballalter, wenn sie wechseln wollen, immer noch ein bisschen mehr verdienen. Wir sagen mal 77k. Und sollst du nach 25 einsetzen, kriegst du nochmal 100. Das sollte passen, nochmal so ein kleiner Bonus oben drauf. Sehr schön. McGinn ist offiziell Spieler von Southampton. Tauschgeschäft mit Romeo. Sehr schöne Geschichte. Hier haben wir ihn direkt mal drin. Ich denke, das sollte passen. Ja, vor allem die Arbeitsreiterin bei beiden hoch. Sehr, sehr schöner Transfer jetzt. Ich muss auch echt jetzt sagen, Leute. Eigentlich ist damit jetzt alles abgeschlossen, bis dann jetzt Spieler gehen. Ich werde jetzt erstmal keinen kaufen, bis nicht erstmal ein paar Spieler gehen. Kann er Freistöße? Nein. Das macht nämlich Ward-Posay momentan alles auf den Elfmeter. Okay, Ward-Posay hat alles übernommen. Das ist aber auch okay. Wir gucken natürlich noch kurz nach den Nummern. Zagadu hat übrigens die 3. Achso, McGinn habe ich schon längst übersprungen. Er hat aktuell die 14. Gibt es die 6 vielleicht? Ja, ich will lieber, dass er die 6 hat. Gefällt mir besser, auch wenn er jetzt kein klassischer Abräumer ist. Loftus-Cheek, Ward-Posay. Was hat eigentlich Dingensvieh eine Nummer? Loftus-Cheek hat die 25. Okay, das passt alles soweit von den Nummern, ne? Zagadu hatte ja die 3. Okay, das passt soweit erstmal alles. Also wenn wir jetzt nicht irgendwelche krassen Angebote kriegen, dann steht der Kader erstmal. Jetzt gehen wir natürlich ins Duell gegen Manchester United und schauen mal, wie das Ganze hier ausgeht. Das zweite Spiel in der Premier League. Gucken wir jetzt auf die Aufstellung von Southampton mit Steve Mandan da im Tor. Peters, Bedanek, Salizun, Perrault in der Verteilung, McGinn der Neuzugabe im ZDM, Armstrong, Ward-Posay läuft es, Cheek und Wilson im Vierermittelfeld und Shea Adams ganz vorne. 4-1-4-1-System bei Southampton. Das gleiche System wie bei der 4-0-Niederlage gegen den FC Everton. Manchester United tritt wie folgt auf mit D her im Tor. Manbisaka, Varane, Bastoni und Luke Shaw in der Verteidigung. Pogba und Fred im ZDM. Iconé, Fernandes, Rashford in einem Dreier-Mittelfeld vorne und ganz vorne natürlich Cristiano Ronaldo. Einige gute Neuzugänge bei Manchester United. Unter anderem Bastoni, aber auch Iconé. Also ein super starkes Team gegen das wir hier und heute antreten müssen. Und das Spiel hat hier begonnen. Kontermöglichkeit jetzt hier Shea Adams. Loftus-Cheek mit dem Pass für Wilson. Der war überragend und Wilson hat eine richtig gute Geschwindigkeit. Wilson, Wilson wollte einfach mal selber abziehen. War ein bisschen sehr optimistisch vom jungen Eingewächs der Saints. McGinn, Adams, Wilson, flankt den da rein. Kopf bei Gelegenheit wäre da gewesen, aber United kann das erstmal klären. Und jetzt hier Cristiano Ronaldo. Super Grecce da von Vard Posay. Salisu verlierte den Ball aber wieder. Und jetzt ist hier Iconé. Bisschen bitter für Sofant, wie das Ganze gelaufen ist. Iconé mit viel Geschwindigkeit. Iconé zieht in den Strafraum. Und der Pass in die Mitte. Und da war Cristiano Ronaldo. Und das 1-0 für Manchester United. Am Ende ist es der Portugiese, der hier natürlich wieder mal trifft. See, sein Jubel natürlich, die absolute Legende. Und es steht 0-1 Man United. Der Favorit ist hier vorne. Bitter für die Saints natürlich hier wieder in Rückstand zu geraten. Das erste Spiel lief schon katastrophal. Hier und heute macht man bisher kein schlechtes Spiel, muss man betonen. Aber am Ende haben sie es gut gelöst. Hier Iconé mit viel Geschwindigkeit. Spielt da in den Rückraum auf Ronaldo, der da halt auch komplett frei war. Weil natürlich auch Bruno Fernandes in der Mitte auch geachtet worden ist. Mandanda kommt da nicht mehr ran. 1-0 Manchester United. Das erste Tor für Ronaldo in dieser Saison. Und der FC Sofant muss jetzt hier eben schauen. Wie man zurückkommt in dieses Spiel. Wanbisaka. Wanbisaka hat da ein bisschen Probleme. Das ist sehr riskant, wie es United spielt. Machen das aber dann doch ganz gut. Sie haben halt eben die Klasse, sich da zu lösen. Jetzt hier Cristiano Ronaldo mit dem langen Ball. Auf Iconé, den aber Perrault klären konnte. Berdaneck. Boah, Fehlpass von Salisu. Sowas darf dir nicht passieren gegen United. Iconé macht das stark mit seiner Geschwindigkeit. Iconé gut im 1 gegen 1. Jetzt hier Cristiano Ronaldo. Pogba wieder auf Ronaldo. Aus der Drehung macht er den rein. Was ist das für ein Weltklasse Abschluss? Was ist das bitte für ein Weltklasse Abschluss? Aus der Drehung macht er den da so rein. Das will ich mir nochmal angucken. Hier sehen wir. Spielt den Ball auf Pogba der zurück. Und aus der Drehung. Da muss man Mann dann da ein bisschen kritisieren. Klar, aus der Drehung, den so platziert zu schießen, ist schwer. Nee, aber da muss der Keeper rum. Da muss Steve Mann dann da besser reagieren. Ganz ehrlich. Auch wenn das ein Cristiano Ronaldo ist, den Schuss kannst du halten. 2-0 United. Der Favorit ist hier momentan klar vorne. Und es ist auf Hemden bei dem Spielplan, den sie haben. War es fast schon klar, dass der Start super schwierig wird. Und momentan sieht das eben stark nach Fehlstart aus. Und jetzt hier Wambisaka, Cristiano Ronaldo. Fernandes auf Iconé. Fernandes. Ronaldo hat da ein bisschen Platz. Der war super gespielt. Cristiano Ronaldo gegen die Latte. Also Southampton muss echt aufpassen, dass die nicht komplett untergehen. Und Wiesel mit dem Pass auf Adams. Der war nicht schlecht. Adams setzt sich da jetzt durch. Adams und zieht den nicht ins Tor, weil der Herr den super gehalten hat. Aber das war mal ein guter Angriff hier von Southampton. Vielleicht kann man darauf jetzt so ein bisschen aufbauen. Jane Sancho kommt rein. Darf hier eben reinkommen. Die Iconé, die Ecke. Na, erstmal ungefällig. Salisu. Salisu kam gar nicht zum Abschluss. Ein bisschen unglücklich sah er daraus. Jetzt hier Sancho. McJin. Mit einem langen, hohen Ball auf Wilson. Das war super gespielt. Perrao. Ah, das war nicht perfekt. Aber der Ball kam an. Auf Loftus-Cheek. Perrao. Wilson. Zieht mal ab, aber der Herr war da. Immerhin versucht es Southampton hier und da von der Distanz. Lösen das super gut hier. Bruno Fernandes. Und jetzt hier der Pass. Und das ist das 3-0. Das spielt United dann einfach gut aus. Sind hier überlegen. Ganz ruhig alles gespielt. Southampton hat eine bessere Phase. Aber sie kommen nicht so richtig zum Abschluss. Und United ist heute auch sehr effizient, muss man sagen. Machen das ganz gut. Super zusammengespielt hier. Fernandes. Pogba. Und dann steht es auch schon 3-0. Southampton. Zwei Spiele. 0-7 die Bilanz. Klar gegen Everton und gegen United. Ja, das ist kein leichter Saisonauftakt. Auch wenn man sich die nächsten Gegner so anguckt. Van de Beek hier nochmal auf Sancho. United sucht nochmal das 4-0. Salisu, super Tackling. Was ein Foul an Loftus-Cheek. Super unnötig. Und Anthony Martial kriegt die rote Karte. Das ist der pure Wahnsinn. Everton war schon zu zehnt. Und jetzt auch hier United zu zehnt. Am Ende, weil Rashford komplett unnötig reingrätscht. Und das vor allen Dingen zu einer Zeit, wo das Spiel schon längst entschieden ist. Jetzt hier Bad A Neck. Und das Spiel ist rum. Nach 3 Minuten Nachspielzeit ist das erste Mal in FIFA, als ich 3 Minuten gesehen habe. Ja Leute, 0-3. 0-3 ist hart. Aber wir waren nicht so schlecht. Wir waren nicht so schlecht spielerisch. Ihr seht es ja auch. United hat halt todeseffizient. Wir hatten nicht so viel weniger Ballbesitz. Wir hatten 11 Schüsse. Wir haben versucht, versucht, versucht. Wir haben einfach auch gegen überlegende Teams gespielt. Muss man klar sagen. Southampton ist irgendwo unter der Tabellenhälfte anzusiedeln. Und dann spielst du halt gegen Everton und United, die beides halt super starke Teams sind. Es ist bitter, aber da kann man halt wenig machen. Spielerchat auf jeden Fall kurz mal gehen. So. Dann gehen wir auf jeden Fall ins nächste Jahr gegen Sheffield. Es ist der Carabao Cup. Hier wird natürlich ein bisschen rotiert. Und ich würde aber auch sagen, wir gehen hier direkt rein ins Game. Gucken wir uns die Aufstellung von Southampton an. Foster im Tor. Walker, Peters, Bednarek, Zagadou, Björkant, Noble, Walcott, Wartposé, Smellbone, Redmond und Adams. Das Ganze in einem 4-1-4-1-System. Also ordentlich hier an Rotation natürlich im Carabao Cup. Ihr seht es ja selber. Zagadou heute mit seinem Debüt. Noble darf auch von Anfang an heute das erste Mal ran. Genauso wie Björkant. Wir gucken gleich mal auf die Aufstellung von Sheffield United vom Zweitligisten. Und dann natürlich mit Berg. Ein richtig guter Spieler. Und zwar mit Eastwood im Tor. Dann Bogo, Egan Davis, Norrington Davis, Haurane, Berg, Gibbswhite, Osborne, Berg und Muset ganz vorne. Das Ganze dann hier in einem 4-2-3-1-System. Gerade ist Berg und auch Egan. Zwei sehr, sehr interessante Spieler, die Sheffield United dort hat. Und jetzt hier Haurane. Sheffield United hier über die Mitte suchen hier eine gute Anspielstation. Oder will er es allein machen? Nee. Berg. Osborne über die Seite. Da ist Walker Peters im Zweikampf, der da nicht richtig rankam. Jetzt aber mit einer guten Grätsche. Trotzdem hatten sie Glück, dass der Ball bei ihnen bleibt. Und Berg hier mit dem Abschluss. Also der Zweitligist macht Druck. Jetzt hier Muset. Osborne. Jetzt hat hier Muset die Schusschance. Und der war super abgeschlossen. Was ist das für ein super Abschluss hier von Sheffield United und Southampton. Auch hier wieder 0-1 hinten kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Es läuft alles andere als gut, Leute. Das war ein super Abschluss. Aber was ist das für ein Abschluss, bitte? Wir sehen das Ganze nochmal. In die Mitte. Ja, und der war unhaltbar für Foster. Der war perfekt ins rechte Eck. Unhaltbar für Foster. Mit dem Außenriss hat er den getroffen. Foster kann sich da lang machen, wie er will. Den Ball hältst du nicht. Muset hier mit seinem Treffer. Und Southampton muss hier den nächsten Rückstand hinterher rein. Gleich hier in der Zweieinhalbzeit. Theo Welkett. Jetzt jemand, der hohe Ball auf Jay Adams. Aber sie nutzen das nicht so wirklich. Er läuft immer wieder in der Spitze durch. Aber sie nutzen es nicht gut, weil die Pässe nicht wirklich ankommen. Osborne mit zu viel Platz. Flankenmöglichkeit. Macht er nicht. Erstmal nach hinten gelupft. Etwas kompliziert gespielt. Ich finde aber super im 1 gegen 1 gerade gewesen. Und der Pass. Das war aber abseits. Das wollte ich gerade sagen. Wart Prozé. Adams. Gut gespielt. Welkett. Und der Ball ist ein bisschen zu weit. Das ist die ganze Zeit das Problem von Southampton. Dass sie einfach diesen letzten Pass nicht hinkriegen. Gerade auf Jay Adams. Immer und immer wieder der Verhungerte. Und was ist das für ein Pass? So natürlich erst recht nicht. So fängst du dir erst einen Konter. So fängst du dir den Konter. Und so fängst du dir hier wirklich den Konter. Das könnte jetzt gefährlich werden. Gibbs White. Und die Mitte nochmal gespielt. Nochmal Gibbs White. Was machen sie draus? Spielen hier richtig hin und her. Sheffield United. Dann der Schuss. Der war nicht gut. Glückwies auf Hemden. Vielleicht jetzt mal eine Kontermöglichkeit. Welkett. Welkett. Ne. So nicht. Hier Welkett. Welkett. Und der Pass war ordentlich auf Redmond. Redmond spielt den drüber. Und was ist das für ein Pass schon wieder von Redmond? Das gibt es nicht. Sie kriegen nicht einen vernünftigen Pass auf Jay Adams hin. Nicht einen einzigen in diesem Spiel. Und das ist wirklich ungelogen. Es kommt nicht ein einziger Pass mal gut an. Und das war ein Foul. Es gibt die gelbe Karte. Oder auch nicht. Dreier wechselt eben bei Southampton gegeben. Also die gehen wirklich jetzt auf alles. Ist auch wichtig, wenn du hier weiterkommen willst. Jetzt hier Adams. Und jetzt bringt der den Pass an. Aber der Abschluss war nicht optimal. Loftes Cheek, der reinkam. Auf Adams. Adams spielt den drüber auf El Yunusi. Der ist noch frisch. El Yunusi jetzt hier. El Yunusi hat sich dem White vorgelegt. Stoppte ab. Der Pass war nicht gut. Wie schon die ganze Zeit. Walker Peters. Will den reinflanken. Kommt auch nicht an. Die nächste Flanke. Die war nicht so schlecht. El Yunusi. Nee, Loftes Cheek. Jampo mit dem Schuss. Nee. So nicht. El Yunusi mit einem hohen Baller. Sucht da Jay Adams. Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Wenig Nachspielzeit. War schon zu wenig. Der hat da den Mut. Und es ist gleich hier vorbei. Das ist hier jetzt gleich vorbei. Es ist vorbei, Leute. Und Mann, Mann, Mann. Es nervt mich, ne? In diesem kompletten Spiel, Leute. Das wird in den Highlights ja nicht so drin sein. Jedes Mal, wenn eine Lücke da war und der Pass zu Jay Adams kommen sollte, no chance. Jeder Pass ging daneben. Wirklich jeder. Ich weiß nicht, ob ich ein, zweimal einblenden werde in der Bearbeitung. Aber jeder Pass kam daneben. Wirklich. Ich will gar nicht wissen, was ich für eine Passgenauigkeit habe. Ihr habt ja auch gesehen, wie wenig hier los war. Wo haben wir denn Pass? Hier, ihr seht es ja bei mir. Passgenauigkeit 78%, Mann. Es ist nur der Pokal. Es ist natürlich bitter, hier rauszufliegen. Das ist nicht ganz so schlimm alles. Aber trotz allem. Du willst ja nicht gegen den Zweitligisten rausfliegen, weil einfach kein Pass ankommt. Also Saisonstart schon mal richtig weggehauen, ne? Gang ist am Foster interessiert. Lehn dich erstmal ab. Lehn dich erstmal so ab. Das Gute ist jetzt, der nächste Gegner wird Newcastle sein in der nächsten Folge. Das ist, sag ich mal, der erste Gegner mit dann auch Top-Formation, weil das ist ja nicht Pokal. Wo es dann das erste Mal so richtig drauf ankommt, ne? Weil hier muss man echt sagen, der Start kann noch härter werden. Wir haben gegen Everton, United und Sheffield jetzt verloren, okay? Newcastle muss jetzt so dieser hoffnungsvolle Sieg werden. Denn West Ham City und Wolverhampton danach und Chelsea werden vier Gegner sein. Wo man richtig auf die Mütze kriegen kann. Ich muss natürlich auch einfach noch besser werden, das ist auch klar. Ich spiele jetzt auch auf Legende nicht mehr Weltklasse. Ich weiß auch nicht, warum ich in diesem Spiel noch nicht so gut bin, wie ich es normalerweise bin. Aber nun gut, wir werden uns da einspielen und dann wird es auch langsam mal laufen. Wird auf jeden Fall ein sehr, sehr schwieriger Auftakt, allein wegen dem Spielplan. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch trotzdem auch, wenn wir sehr, sehr, sehr strugglig anfangen. Euer Verloschen meldet sich fürs Erste ab und... Bye, bye!